Musik Noch bis zum 14. Dezember läuft in der Güterhalle in Bernkastelkus die Ausstellung Mathematik begreifen. Sie richtet sich in erster Linie an Schülerinnen und Schüler und die nutzen das Angebot ausgiebig. Die Ausstellung ist so konzipiert, dass Schülerinnen und Schüler ab der dritten Klasse von ihr profitieren können. Sie richtet sich an Menschen, die mehr über die Mathematik erfahren möchten und Spaß an Wissenschaft und am Experimentieren haben. Junge Menschen sollen motiviert werden, sich mit den mathematischen Fragestellungen auseinanderzusetzen. An ca. 50 Exponaten kann geschätzt, geknobelt und experimentiert werden. Die Ausstellung will zeigen, dass diese Wissenschaft nicht trocken und langweilig sein muss, sondern spannend und faszinierend vermittelt werden kann. Die Schau ist so konzipiert, dass sie sich über das selbstständige Handeln erschließt. Eine Führung ist nicht erforderlich. Bei den Besuchern kommt die Ausstellung gut an. In der Schule ist es oft so, dass die Sachen mehr auf schriftlicher Ebene und an der Tafel geschehen. Hier ist es alles inaktiv, auf eher inaktiver Ebene. Man kann ausprobieren. Die Schüler verstehen Mathematik, es macht ihnen Spaß. Sie sind hier durchaus eine Stunde beschäftigt, ohne dass ihnen das langweilig wird. Weil man dann besser die Mathematik begreifen kann. Ich finde es hier ganz toll, weil es hilft auch viel mit Mathe und es macht eigentlich Spaß.